Hallo zusammen, ich bin Samuel. Ich habe jetzt gerade frisch die Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt im Werkhof der Gemeinde Wohle angefangen. Und ich bin Tamara im dritten Lehrjahr. Ich bin Remo, ich habe jetzt frisch die Lehre abgeschlossen und wir nehmen dich heute mit in unseren Arbeitsalltag. Ich habe mich für den Beruf Fachmann Betriebsunterhalt entschieden, weil er extrem vielseitig ist. Wir haben in der Schule 17 verschiedene Berufe, die wir anschauen. Und auch im Praktischen sehe ich sehr viel, vom grünen Bereich bis zum Strassenbau, aber auch von der Gebäudentechnik. Ich habe mich entschieden, weil er sehr abwechslungsreich ist. Man ist auch praktisch immer draussen und ich packe gerne handwerklich an. Im Werkhof Wohle hatte ich sehr früh die Möglichkeit, selber eine Arbeitsplatz erledigen, selbstständig. Und ich bin auch sehr schnell im Team aufgenommen worden und fühle mich immer noch wohl im Team. Damit dir der Lehrstart bei uns optimal gelingt, setzt handwerkliches Geschick, technisches Verständnis und Freude, in den Tag draussen zu arbeiten, mitbringen. Um die Technik hinter einem Kleingerät besser zu verstehen, nehmen unsere Berufsbildner Zeit, um mit uns in der Werkstatt diverse Maschinen aufzuschrauben, genau anzuschauen und so unser Fachwissen zu vertiefen. Ich hatte die ausserordentliche Möglichkeit, im Werkhof Wohle zu bleiben. Wir bleiben jetzt die Türen offen als Vorarbeiter. Ich habe auch die Möglichkeit, noch Tageskurs zu machen oder Wochenkurs wie Staplerkurs, Baumschneidkurs, Baumpflegekurs und den Berufsbildner. Wenn dir der Einblick, der unserem Werk auf das Wohle gefallen hat, dann bewirb dich jetzt als Fachmann-Fachfrau-Betriebsunterhalt. Wir freuen uns auf euch!